hallo und willkommen zu einem neuen unboxing video auf meinem kanal ich grüße euch meine abonnenten ich freue mich immer über eure kommentare über eure bewertungen alles tip top von euch und ich habe mir besorgt von facebook ein media book was sie immer gerne in der sammlung gehabt haben wollte und der film richtig gut ist ja da habe ich mir dieses cover jetzt besorgt was ich auch sehr schick fand sehr schickes cover ist und zwar habe ich mir hier midnight meat train habe ich mir besorgt in diesen schicken cover das ist cover f richtig cool cover f schauen wir uns mal das cover an richtig genial schön gezeichnet so gefällt mir das hier jv jones denn hier eine frau die da auch mitspielt hier die beine und hier unten eine leiche mit blut und hier der hammer wo blut dran gespritzt ist und hier beine und hände und arme die ganzen körper aber alle nackt und alle alle tot und alles so schön blau gehalten finde ich richtig geil und hier cliff barker midnight meat train das ist nämlich eine neuauflage die erste auflage waren undercover und dieses die neue ok hier sehe ich ok hier ist doch ok hier mit nsm midnight meat train und hier eine bestellnummer und hier blu ray hier haben wir den extended directors cut drauf uncut natürlich alles ja aus der feder von cliff von kult autor cliff barker hellraiser und die beutel und die da die beute nee und die bücher des blutes stand die schockierende vorlage in einer seiner blutigsten radikalsten und brutalsten horror film aller zeiten also der film hat mir auch richtig gut gefallen habe ich ein paar mal schon gesehen den hatte ich mal im steelbook hatte ich mal die erst auflage und das habe ich irgendwie mal weggegeben aber jetzt habe ich endlich mal wieder das den film im media book die blu ray läuft 103 minuten dvd 99 und da sind viele ich nehme ich viele extras drauf guck mal hier alles volle extras richtig geil und das ganze ist auf 500 stück limitiert hier unten links und ich habe die 194 aber richtig geile gefällt mir und da machen wir das mal auf hier haben wir die blu ray von nsm das ist nämlich ein bild von dem von erstauflage da gab es auch so ein media book cover und hier haben wir den innen druck die andere seite ist denn diese dvd das war nämlich auch ein cover von der erstauflage mit dem zug wo alles voller blut ist und den innen druck kann wir auch haben wir nicht von innen druck also den die u-bahn die u-bahn hier als innen druck auch eine auch ist okay hätte besser sein können finde ich und ja wie mein cover mein cover und hier geht's los der tod fährt u-bahn ein blick auf midnight mit train einführung okay hier ist die einführung hier davy jones hier richtig böse rolle hat er hier richtig geile böse rolle als killer richtig geil der gefällt mir und hier haben wir auch wie hieß er noch mal alter bradley cooper bradley cooper bradley cooper das ist glaube ich seine erste rolle glaube ich seine erste rolle also seine erste filmrolle glaube ich und hier haben wir den mit dem zug wo er reinsteigt also da also in dem film ist er hier davy jones bringt immer leute um in dem zug und die hängt er dann so auf und blöd wie cooper ist glaube ich hier wie so ein fotograf und denn er er kommt irgendwie auf die spur von von diesem zug und dann fotografiert er das und denn dann kommt er immer weiter rein in die ganze ganze geschichte kommt er immer weiter rein ja bis er dann selber glaube ich an bis er dann selber an den killer gerät und er hat doch ein richtig geiles ende an den ende kann ich mich relativ gut daran erinnern hier wir sitzen wie er mit einer tasche hier sieht das aus als die szenen aus im film wo muss denn da so ein das wort hier seht ihr das da ist irgendwie so aus hier weg gestrichen ok hier sind einige ach so ne ist nicht weg gestrichen ist vom hintergrund irgendwie glaube ich ich habe nämlich die neuauflage noch nie in hand gehabt nur die erste auflage ich glaube dass das booklet ist glaube ich gleich von der erstauflage also hier der text wurde geschrieben von nando rona lektüre allianz in häusern okay geil und hier letzte seite hier das ist nämlich ein bild von erstauflage vom cover das hatte ich nämlich gehabt das hatte ich gehabt aber das hatte ich dann weggegeben irgendwie mal ja da brauchte ich glaube ich geld oder so keine ahnung hatte ich mir weggegeben yo geil endlich mal wieder diesen film meiner sammlung wenn man so guckt ob das und ob sich das verschiebt das geht eigentlich okay okay geil midnight meet rain im cover f gefällt mir ich hoffe es hat euch auch gefallen wenn ihr den kanal nicht abonniert hat ganz gerne tun dann verpasst hier kein neues video abonniert doch mal meinen kanal und gibt dem video eine bewertung und einen kommentar denn bis zum nächsten mal ciao ciao